Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu einem weiteren Auto-Scout-Video in InnerSumma113. Keine Blitz-Explosion. Ja, ich werde mir jetzt einen Minion schon mal holen, der ja ein Team von Horizon Eagles werden soll. Und zwar muss ich das natürlich voraufnehmen, sonst passt das nicht. Ja, hier Team Zulan und er ist ebenfalls ein Kapitän. Ich werde halt den entsprechend natürlich auch in der richtigen Reihenfolge rausbringen, dass wir den Torhüter natürlich dann holen werden, aber das werde ich dann alles später machen, denn ich will jetzt erstmal ihn holen, damit wir ihn schon mal fest im Team haben, damit er ein bisschen mitleveln kann. Gut, Minion. Fill a Minion. Ich weiß nicht, was a dafür stehen sollte, aber ist mir auch egal. Möchtest du diesen Spieler einladen? Natürlich möchte ich das, ich bin mir sicher, alles klar. Ich habe gehört, Minion ist irgendwo auf der Schildkröteninsel. Alles klar, aber er wird nicht immer da sein. Okay. Dann schaue ich mich mal da am besten um. Okay, Kater. Da müssen wir einmal rüber und Schildkröteninsel. Und zwar ist er nämlich an der Hafenstadt. Und jetzt muss ich natürlich genau gucken, ob er da ist oder nicht. Und ich habe echt lucky, er ist tatsächlich da. Falls er bei euch nicht steht, müsst ihr halt so lange rein und raus gehen, bis er nämlich da steht. Und zwar steht er nämlich hier hinten, hier in der, äh, am Dehnsteg, am dritten Steg oder am ersten Steg, wie man kommt darauf an, von wo aus ihr das schaut. Der erste von links, der dritte von rechts. So. Da haben wir ihn. Oh, dann habt ihr mich also sehen wollen? Ich kann mir nicht vorstellen, was ihr damit erreichen wollt. Wie bitte? Ihr wollt mir mit zusammen Fußball spielen? Welch seltsamer Vorschlag. Habe ich nicht den Fußball für das Böse benutzt? Ihr habt allen Grund dazu, mich zu hassen und zu verabscheuen. Aber egal. Ich kann eure wahren Absichten bei einem Spiel erkennen. Also, was sagt ihr? Spielt ihr hier und jetzt gegen mich? Hehehe. Ausgezeichnet. Schon bald wird's deutlich werden, ob ihr mir wirklich verzeiht, verziehen habt. Hehehe. Sehr beeindruckend. Aber ihr glaubt doch sicher nicht, dass ich eben mein Bestes gegeben habe, oder? Hm. Ich scheint mich wirklich an meine Grenzen treiben zu wollen. Also schön. Ich werde mich nicht länger zurückhalten. Ich hoffe, ihr habt euch schon auf die Niederlage vorbereitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein zweites Mal verlieren würde. Ihr habt gewonnen, in der Summe Japan. Ich konnte eure Leidenschaft und eure Liebe für den Fußball spüren. Offenbar war es euch ernst damit, mit mir spielen zu wollen. Und damit hat sich Minion angeschlossen. Nice. Ja. Und, äh, so weit, so gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen, geholfen. Wir sehen uns dann, äh, ja, irgendwann in der Zukunft. Äh, wenn ihr das hier seht, ähm, ja, habe ich bereits natürlich auch die anderen Mannschaften und ich muss das irgendwie zeitlich anders aufnehmen. Äh, und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Spieler wieder. Also, bis dann.